Hi Leute, Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal mit dem WS Play. Guten Tag, Mahlzeit. Ähm, das Video ist gerade richtig aufgenommen, ich habe nicht viel Zeit, aber ist egal. Ähm, heute Abend, Ice Team. Auf YouTube. Circa 21 Uhr spätestens wollte ich starten. Mal gucken. Ja, ähm, also meine Idee war ja eigentlich so um 18, 19 Uhr zu starten, aber da bin ich noch kurz eingeladen, deswegen geht es noch nicht. Also halt später auf Start. So 20 Uhr, 21 Uhr spätestens, dann mal gucken, vielleicht 2-3 Stunden auf Steam. Wird dabei sein, werden wahrscheinlich der Lundenberg und ihr könnt auch dabei sein. Ich wollte auf dem Spielstand hier ein bisschen spielen und wenn nachher ganz viele Leute da sind, dann vielleicht auch mal wieder ein Gewinnspiel. Gibt es wahrscheinlich nicht, vielleicht gibt es doch was, weiß ich noch nicht. Ich denke aber ähnlich. Macht's gut, bis heute Abend, 20 Uhr aller spätestens auf YouTube. Vielleicht auf Deutsch parallel, mal gucken. Auf jeden Fall, bis dann, macht's gut und tschau tschau.